Maria, liebe Maria, bist du gesund? Ich denke täglich an dich, am Morgen, am Tag, am Abend und wirklich in meinem Traum. Ich weiß es doch, dass ich so blödlich weggegangen bin. Bitte verstehe mich, ich wollte nie dir weh zu tun. Ein Vogel! Na und, hast du einen nie gesehen? Lustig. Gibt es irgendwas, das dir gefällt? Du siehst so müde bis vor kurzem aus. Maria, dieses Dorf ist so klein. Es gibt die ganze Welt, deren man für Abenteuer arbeiten kann. Ich will die großen Städte wie Berlin sehen. Ich will andere Länder wie Frankreich und Russland besuchen. Und auch die anderen Kontinente. Wollt es mit Amerika gehen? Paul, sei lächerlich nicht. Was gibt es dort? Wir haben alles hier. Und habe ich dich? Ich will einen besseren Mann werden. Dazu muss ich in fremde Länder wandern. Ich brauche mehr Wissen und mehr Erfahrung zu haben. Das Leben hier ist schwer, aber es gibt keinen anderen Weg, weil man zu wenig sieht, wenn man nur in Heimat bleibt. Eines Tages würden wir unter einem Baum sitzen und ich werde dir meine ganze Geschichte erzählen. Dafür muss ich viele Stoffe bereiten, damit wir länger sitzen können. Du hast keine Idee. Ich habe die schönsten Buben gesehen. Ähm, äh, wo? Ähm, die gestern... Paul, hörst du das dazu? Ja, ja. Okay, okay. So. Früher habe ich einen schönen Buben gesehen. Und es, es war, was ist sein Name? Der Name ist. Unsere letzte gemeinsame Zeit war so unglücklich. Tut mir leid. Ich verspreche, wenn ich in der Heimat mit dir wieder wohnen, würden wir froh sein. Wollt auf mich bitte, liebe Maria.